Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir nun alles das, was wir in den letzten Videos über Formulare gelernt haben, zu einem einigermaßen großen Formular zusammenführen. Das Ganze hatte ich schon einmal ganz am Anfang unserer Beschäftigung mit den Formularelementen gezeigt. So soll das Formular also am Ende aussehen. Das heißt, wir haben die verschiedenen Elemente, die wir nun alle kennengelernt haben. Wir haben Texteingabefelder, wir haben Radio-Buttons, wir haben Checkboxen, wir haben Select-Umgebung. Also im Grunde genommen alles, was wir uns in den letzten Videos angesehen haben, bis hinunter zu den Buttons. Das wollen wir jetzt aus den Versatzstücken, die wir in den vergangenen Videos kennengelernt haben, einfach durch Copy und Paste zusammenfügen, um dann letztlich dieses Formular zu erhalten. Das machen wir natürlich wie immer in live. Die Datei, die ich dafür vorbereitet habe, heißt buchladen.html. Ich habe den Titel hier entsprechend geändert. Wir haben eine Funktion hier oben, die wir hier als Event-Händler im Formular aufrufen können. Ansonsten ist unser Formular allerdings erst mal nackt und hat noch gar nichts zu bieten. Wir nehmen uns jetzt zunächst einmal die Eingabefelder vor. Da wissen wir ja, dass wir die erzeugen konnten, indem wir diese Elemente hier verwenden, Input-Elemente verwenden. Und die können wir auf diese Art und Weise hier eben in unser Formular einbinden. Das können wir uns auch gleich schon einmal angucken, wie das Ganze aussieht, nämlich so. Jetzt wollen wir das Ganze noch mit unseren Optionsfeldern versehen, die es unserem Benutzer ermöglichen sollen, auch noch auszuwählen, wie er angesprochen werden möchte, nämlich als Herr oder Frau. Und das machen wir hier noch oben drüber. Und dann sieht unser Formular jetzt so aus. Um dann noch ein bisschen Struktur in das Dokument hineinzubekommen, hatte ich das schon mehrfach angedeutet, dass wir dafür Field-Sets verwenden. In das Field-Set setze ich jetzt unsere komplette Umgebung hier hinein, die wir gerade gesehen haben. Das Field-Set bekommt außerdem noch eine Legende mitgegeben. Und dann sieht das ganze Element schon mal so aus. Also gar nicht schon mal so ganz schlecht. Dann wollen wir als nächstes hergehen und wollen dem Benutzer die Eingabe der Adresse ermöglichen. Da hatten wir schon mal das für das Land hier vorbereitet. Da hatten wir ein eigenes Field-Set Adresse sogar schon gebaut. Das nehmen wir jetzt auch einfach aus dieser Datei heraus, fügen das hier als ein neues Field-Set hier unten an und erhalten damit also jetzt entsprechend dieses Element hier. Damit sieht unser Formular jetzt so aus. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was. Wir brauchen natürlich außerdem ja noch so etwas wie eine Straße, eine Postleitzahl und einen Ort. Dafür können wir aber einfach genau solche Textelemente verwenden, wie wir sie hier oben schon benutzt haben, die einfachen Texteingabe-Elemente. Und da setzen wir hier jetzt eben noch ein weiteres ein für die Straße. Die Postleitzahl Und den Ort Das Ganze laden wir hier drüben nochmal wieder neu. Und dann sehen wir, dass das Formular jetzt so aussieht. Also schon mal gar nicht so ganz verkehrt, was wir da bislang gemacht haben anscheinend. Hier können wir das Land auswählen. An die anderen Felder kann man eben entsprechend was eingeben. Dann wollen wir dem Benutzer jetzt ermöglichen, die verschiedenen Bücher auszuwählen, die wir im Angebot haben. Dafür hatten wir Listenfelder verwendet. Und auch das können wir jetzt kurzerhand von hier übernehmen. Wieder ein Field-Set. Das wir hier unten wieder anfügen. Hier hatten wir noch keine Legende hineingeschrieben. Das machen wir jetzt mal eben. Und wenn wir uns das Ganze angucken, sieht das also jetzt hier so aus. Da haben wir also die verschiedenen Bücher. Und hier kann der Benutzer eben jetzt auch mehrere Bücher beispielsweise auswählen, wenn er denn möchte. Dann sollte der Benutzer als nächstes die Möglichkeit haben, die verschiedenen Formate auszuwählen, in denen er die Bücher gerne haben möchte. Auch dafür hatten wir schon ein Field-Set vorbereitet. Kopieren wir uns auch wieder hier hinüber in unser Formular. Gucken wir uns das Ganze an und sehen, dass wir eben jetzt hier auch entsprechend diese Checkboxen mit drin haben, mit denen der Benutzer auch das auswählen kann. Gut, und zu guter Letzt wollten wir noch ein Texteingabefeld haben, in dem der Benutzer uns mitteilen kann, was er uns sonst noch an Anmerkungen senden möchte. Auch das hatten wir schon vorbereitet. Nehmen wir hier rüber. Und dann haben wir auch dieses Formularelement hier untergebracht. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind natürlich die Schaltflächen zum Absenden. Auch die haben wir ja zum Glück schon vorbereitet. Das sind hier die beiden Buttons, die wir hier haben. Die fügen wir als allerletztes noch in unser Formular ein. Und hier haben wir jetzt also unsere vollständige Bestellung stehen. Hier kann der Benutzer also jetzt einen Text eingeben. Und wenn wir hier auf Bemerkungen löschen klicken, dann passiert natürlich noch gar nichts. Und wenn wir auf Bestellung absenden klicken, dann erscheint hier immer noch nur der Name, weil wir den irgendwann mal neulich schon, als wir die Bestätigungsdatei am Anfang mal programmiert haben, dafür gesorgt haben, dass zumindest der Name hier ausgelesen wird und der Name auch gespeichert wird. Unser Formular hier speichert im Moment ja noch gar nichts. Dafür müssen wir jetzt erst mal sorgen. Deshalb müssen wir also jetzt als nächstes unseren Event-Händler hier oben bauen, beziehungsweise unsere beiden Event-Händler, sollte ich richtigerweise sagen. Dafür möchte ich das Formular jetzt einmal von oben nach unten durchgehen. Das Erste, was wir haben, ist die Anrede. Die hatten wir über die Optionsfelder geregelt. Und der Code für die Optionsfelder war also dieser, den wir hier haben. Wir haben die Anrede ermittelt auf diese Art und Weise. Das kopieren wir jetzt kurzerhand einfach in unseren Event-Händler hier hinein. Als nächstes wollen wir den Namen auslesen. Den hatten wir über Eingabefelder erhalten. Das heißt, wir müssen jetzt den entsprechenden Code hier aus der Datei Eingabefelder übernehmen und können den eben als nächstes hier hineinschreiben. Das heißt, also hier lesen wir jetzt die Eingabefelder. Sinnvollerweise würde man das jetzt alles hier noch mit Kommentaren versehen. Im Beispiel-Code, den ihr in den Vorlesungsunterlagen findet, ist das auch alles kommentiert. Hier mache ich das nur jetzt einfach, um es ein bisschen schneller zu machen, direkt alles ohne Kommentare hier hinein. Dann brauchen wir als nächstes unsere Adresse. Die Adresse hatten wir zumindest teilweise über unsere Auswahlliste hier erhalten. Das können wir uns also hier schon mal herausholen, den Code für das Land. Aber das reicht natürlich noch nicht. Wir haben ja ein bisschen mehr, woraus die Adresse besteht. Deshalb werden wir uns das jetzt hier einmal zusammenbauen. Und das können wir ganz ähnlich machen, wie wir das hier oben bei dem Namen gemacht haben. Deshalb kopiere ich mir das einmal hier hinein. Let Adresse gleich. Ja, woraus besteht die Adresse denn jetzt? Naja, wir hatten zunächst mal natürlich eine Straße. Dann hängen wir da hinten dran vielleicht ein Komma und ein Leerzeichen. Dann kommt da hinten dran die Postleitzahl. Und hinter die Postleitzahl vielleicht sinnvollerweise der Ort. Und dann können wir vielleicht eben auch noch das mit dem Land uns etwas anders machen. Dann hängen wir dann noch mal wieder ein Plus an und schreiben das Land ebenfalls direkt dahinter. Auf diese Art und Weise haben wir also jetzt hier in der Adresse zusammengebaut, also den Wert aus der Straße. Dahinter ein Komma, ein Leerzeichen, die Postleitzahl, ein Leerzeichen, den Ort, ein Komma, ein Leerzeichen und dann schließlich das Land. Und das Ganze haben wir jetzt natürlich unter Adresse gespeichert, nicht unter Land. Das ist ja die Variable, die ich hier gerade deklariert habe. So haben wir also jetzt auch die Adresse gespeichert. Kommen wir als nächstes zu den Produkten. Die Produkte hatten wir über Listenfelder geregelt. Hier hatten wir den Warenkorb zusammengebaut. Das heißt, wir nehmen diesen Code kurzer Hand her. Und erhalten hier jetzt entsprechend also die Produkte, die der Benutzer ausgewählt hat. Jetzt brauchen wir als nächstes die Information, in welcher Form der Kunde seine Bücher gerne erhalten möchte. Das hatten wir über die Kontrollkästchen gemacht. Und da können wir auch diesen Code hier kurzerhand hernehmen. Und zu guter Letzt wollen wir natürlich noch das Eingabefeld, was wir da unten haben, mit dem Text. Mit den zusätzlichen Bemerkungen hier dem Benutzer ermöglichen, uns mitzugeben. So, ein kleines bisschen Codepflege. Damit sollte die Funktion Speichere Daten soweit funktionieren. Das werden wir natürlich gleich noch ausprobieren müssen. Was uns noch fehlt, ist der Eventhändler für den Button Bemerkung löschen. Den hatten wir ja aber auch schon programmiert. Nämlich hier in den Schaltflächen hatten wir uns ja überlegt, dass die Funktion Lösche Bemerkung so aussehen soll. Das heißt, die übernehmen wir jetzt auch noch hier hinein. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir das Formular einmal ausprobieren. Wir laden das hier drüben neu und ich lösche schon mal einmal die Bemerkung. Und wir sehen, ach, das funktioniert schon mal. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und dann stelle ich hier fest, dass ich hier oben anscheinend irgendwann mal versehentlich den Nachnamen herausgelöscht habe. Dann fügen wir das hier kurz noch mal neu ein. Das habe ich irgendwann anscheinend einen kleinen Fehler gemacht, während ich hier herumprogrammiert habe. So etwas kommt schon mal vor. Dann korrigieren wir das nachträglich eben noch mal, indem wir hier wieder den Nachnamen einfügen. Und dann sollte das aber hoffentlich alles passen. Wir laden das hier drüben noch mal neu. Und jetzt haben wir das da stehen. Und jetzt können wir das ganze Formular hoffentlich einmal ausprobieren. Ich gebe mal meinen Namen hier ein. Eine Adresse. Und das ist auch in Deutschland. Und ich hätte gerne die beiden Bücher hier gekauft. Ich hätte die gerne als PDF und als Hörbuch, bitte schön. Und als weitere Mitteilung möchte ich hier vielleicht einfach sagen, vielen Dank. Naja, fällt mir da jetzt gerade nicht ein. Dann sende ich die Bestellung ab. Und wir erhalten auf dieser Seite natürlich erst mal gar nichts weiter. Wir haben noch keine Informationen, die auf dieser Seite ankommen, außer dem Namen, was wir ja irgendwann hier schon mal geschrieben hatten. Nun gut, also müssen wir uns jetzt hier an die Arbeit machen. Wir müssen jetzt hier alle möglichen Informationen wieder auslesen. Den Namen lesen wir hier schon aus. Das hatten wir neulich schon so gemacht. Jetzt müssen wir also die weiteren Elemente auslesen. Die Anrede konnten wir auslesen. Let Anrede gleich. Jetzt kann ich im Prinzip das hier immer kopieren. Ich muss das nur entsprechend intelligent anpassen, weil ich mich hier natürlich für die Anrede interessiere. Und dann geben wir die einfach jetzt auch mal hier hinter aus, um einfach mal zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert, wie wir das gerne hätten. Laden das hier neu und sehen, ah, das klappt tatsächlich schon mal. Okay. Jetzt können wir dasselbe Spiel im Grunde genommen für alle anderen Felder machen, die wir hier sonst noch drin haben. Das nächste, was wir hier haben, ist ja die Adresse. Klappt also auch. Gut, wunderbar. Das nächste sind die Produkte, die der Benutzer ausgewählt hat. Funktioniert auch. Dann kommen jetzt die Arten, also die Formate, die der Benutzer ausgewählt hat, wie er seine Produkte gerne hätte. Das hatte ich Arten genannt. Oder hier ist das wichtig, wie ich es hier nenne, ist ja egal als Variable. Dann gucken wir uns das an und das funktioniert auch. Und zu guter Letzt wollen wir uns noch die Bemerkung ausgeben lassen, die der Benutzer eingegeben hat, wenn er denn eine eingegeben hat. Und auch das kommt an. Funktioniert also alles. Die Ausgabe, die wir hier haben, ist jetzt natürlich noch nicht schön. Im Beispiel kurzer Vorlesung werdet ihr sehen, wie man das noch ein bisschen hübscher machen kann, sodass man da eben zum Beispiel jetzt eben sowas draus machen kann. Wie sehr, geehrter Herr Harald Selke, wir versenden Ihre Bestellung an folgender Adresse und Formate und ich weiß nicht was. Also das kann man alles natürlich hübscher machen, als ich das jetzt hier getan habe. Aber ihr seht zumindest, wie es im Prinzip funktioniert. Und wie gesagt, dann bitte ich euch in den Beispielcode zu gucken, um eben nachzusehen, wie man das Ganze dann eben noch ein kleines bisschen hübscher macht, um dann eben eine vernünftige Bestellbestätigung letztlich abzugeben. Damit haben wir jetzt unser vollständiges Formular für den Buchladen zusammen. Wir haben gesehen, wie wir so ein doch einigermaßen komplexes Formular mit allen Formularelementen, die wir im Rahmen dieser Vorlesung behandeln wollen, bauen und wie wir es auf der Folgeseite auswerten können. Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Wir sind nunmehr in der Lage, Daten von einer Webseite an eine andere Webseite zu übergeben. Und damit sind wir auch in der Lage, so etwas wie Web-Anwendungen zu bauen, die über mehrere Webseiten hinweg funktionieren. Man kann auch Web-Anwendungen bauen, die komplett innerhalb einer einzigen Seite funktionieren. Die Techniken dafür werden wir hier nur ganz kurz streifen, da das nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Uns reicht es im Rahmen dieser Vorlesung, dass wir in der Lage sind, Webseiten oder eine Web-Anwendung zu bauen, die über mehrere Webseiten hinweg geht. Das ist ja auch genau der Bestandteil dessen, was ihr im Miniprojekt dann zu erledigen habt, wenn ihr diese Aufgabe denn bearbeiten mögt, wozu ich dringend rate, weil man, so glaube ich, wirklich eine ganze Menge dabei lernt. Damit soll es das zum Thema Formulare gewesen sein. Als nächstes schauen wir dann ein komplexes Beispiel an, bei dem wir alle diese Dinge, die wir bis jetzt insgesamt gelernt haben, von HTML über Formulare bis zu allen Aspekten von JavaScript mit Funktionen, Objekten, kurz praktisch alles, was wir nun beisammen haben, in den nächsten Videos einmal zusammenführen zu einem einigermaßen komplexen Programmbeispiel, das wir von Grund auf komplett entwickeln werden. Tschüss, bis zum nächsten Video.